Hallo, wir sind in der Slowakei, sind auf dem Rückweg aus Odessa, Moldau, Rumänien und gestern durch Umgang und haben hier einen Stopp gemacht, um die Karpaten zu filmen und ich habe uns Kaffee geholt, damit wir da draußen nicht erfüllen. Heute ist ein sehr regnerischer, cooler Tag und habe zu meiner Überraschung, ich habe ja nun an die Nicht-Wass-Testerin auch angefangen, so als Gag alkoholfreise Bier zu trinken. Zu meiner Überraschung meine ich, dass ich da drin gesehen habe, dass die alkoholfreies Bier von Fass haben. Und naja, das wäre dann das Erste auf der Welt, das ich entdecke, weil ich mich schon gewundert habe. Warum machen Sie denn nicht mal sowas? Wäre ja ein Gag, alkoholfreies Bier von Fass. Hier gibt es das neben, wie hieß das vorhin? Koflala oder so. Ich habe da vorhin ein Getränk probiert, was sich las, als ob es Kaffee in dem Cola ist. Das gibt es ja auch ganz krass. Scheint also was zu sein aus Slowakei, was sich verkauft, sonst hätten sie es ja nicht. Und wir gehen jetzt rein und ich versuche dann rauszukriegen. Ich habe im Gespräch ein Stück unserer Sprache, ob es tatsächlich nicht alkoholfreies Bier ist und dass wir dann eins zacken. So, ich kriege jetzt also mein erstes alkoholfreies Bier gezackt. Ich spüre mal rum, dass Sie es besser sind, als in Richtung Polen. Das ist besser, als ich es bin. So war im Richtung Vogel. Ja, zu breitern. Ja, zu breitern. Ja, zu breitern. Ja, zu breitern. Du bist es besser. Ja, zu breitern. Wenn der nicht drauf zu zacken, ist schon etwas ungedehlich. Das kostet 4,15 Euro. Das kostet 5,15 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 Euro. Das ist ein bisschen schräg, ein bisschen mehr Kissen und alles. Das ist ein bisschen schräg. Das ist ein bisschen schräg. Hier ist sie zu einem kleinen Herd. Ich schaue dir die Kälte die Kälte die Kälte die Kälte und die Kälte mit der Kälte das sind die Kälte die Kälte wenn du das? Das ist gut. Das Bier heißt Besitz Reet. Das habe ich mir genau die richtige Sorte. In dem Fall steht die Krone gut, dass er schon mal richtig ist. Das ist ein Schropp. Das ist ein Schropp. Das ist ein Schropp. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.